So, es geht direkt weiter hier. Nächstes Missionsziel wäre das B, wo wir auch, ja, ich denke mal direkt hinreiten können. Vorräte, einfaches Lager, und wo Karte, John Marston, Bonnie McFarlane, McFarlane Switch. So, gehen wir mal, oh, was ist hier? Langsam fängt ein Reitier an, dir zu vertrauen, es hat jetzt eine erhöhte Ausdauer, wenn du es reitest. Ja, das rote Pferd. Hier ist was für uns, Blumen. Wildes Mutterkraut. Durch das Sammeln des Mutterkrauts hast du den ersten Level der Überlebenskünstler Herausforderung gestartet. Okay. Weitere Informationen. Journal. Überlebenskünstler, sammle sechs Büschel Mutterkraut. Die du in Caller Springs finden kannst. Ah, okay. Das sind interne Herausforderungen. Entwaffene Banden und Führer. Okay. Ab zum B. Muss ich eigentlich mein Pferd immer anleinen? Ich glaube ja, oder? Ja. Ich mach's jetzt einfach mal. Anbinden. L1. Rüber. L1. So, wie war das hier mit... Ah, hier kann ich die Waffen auswählen. Aber jetzt zur nächsten Mission. Stolpersteine. Oh, Mr. Marston. Wie geht's dir heute? Ich bin gut, Frau McFarlane. Danke, wie geht's dir? Ich bin gut, danke. Also, wie sind deine Räume? Okay. Ein bisschen schmer, aber aus dem ein paar zusätzliche Schmerzen, es wird nichts passieren. Gut. Komm her, komm her. Ja, du weißt, du hast nie gesagt, wie du mit dem Bill Williamson geredet hast, was du von ihm wollte. Nein, Frau, ich habe nicht. Na, warum nicht, wenn du mir nicht interessiert hast? Ich sicher nicht interessiert, wenn du mir nicht interessiert hast. Es ist eine komplizierte und etwas pathetische Geschichte. Ich sage dir nicht nur, dass ich dein Leben in gefährlich sein werde, aber auch die Menschen, die ich sehr verehrte. Also, ich entschuldige, wenn ich mich zu prüren. Und ich entschuldige für meine Reaktion. Ich hoffe, dass du mir glaubst, wenn ich sage, dass es einfach aus Respekt für dich ist. Natürlich, Herr Marston. Ich verstehe, dass ein Stadtmachter, wie du, möchte ein paar exotische Geheimnisse haben, damit wir Landwirte sind in Christ. Ich bin kein Stadtmacht, Frau. Ja, aber ich habe gesehen, dass du auf dem Train in Blackwater bist. Du bist mit diesen Mann und Böller-Happen? Ich bin noch kein Stadtmacht. Aber ich hoffe, dass du nicht fahren kannst, Herr Marston. Ich liebe dich, Geld von einer Frau, Frau. Oh, du wirst nicht. Ich werde dich jetzt fahren. Das macht dich glücklich. Wir sehen uns. Gerne. Ich habe den Ton ein bisschen lauter gemacht vom In-Game. Aber jetzt könnte ich mir ein bisschen Rückmeldung geben, ob das besser ist. So. Auf geht's. Achso, zum Startpunkt. Ich hätte schon gedacht, es geht direkt los. Auf geht's. Auf geht's. 2. 1. Go. Einfach übers Feuer. Ich muss ein bisschen Osterohr sparen. Vielleicht hätte ich ein bisschen trainieren sollen. Vielleicht hätte ich ein bisschen trainieren sollen. Die wird bestimmt noch ein Turbo zünden, sage ich euch. Ne, 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 du nicht. Fuck. Sie hat mich. Oh nein. Nein. Das gibt es nicht. Ich muss sie wieder einholen. Die ist ja schon richtig weit weg. Mein Pferd will auch nicht mehr. Oh, ich hätte sie besser abdrängen müssen. Alter, wo ist die? Da vorne ist sie. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Alter, mein Pferd will gar nicht mehr. Alter. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Alter. Ich wollte gerade sagen, die reitet echt gut. Nein. Nein. Die muss echt noch besser reiten lernen. Kann man die Mission nochmal machen? Ich hoffe. Ich hätte die schon gern. Ich kann mit der Blamage nicht leben. Alter, die ist einfach uneinholbar. Aber mein Pferd ist auch gleich erschöpft. Ja, dass ich da einmal gefallen bin. Ist doch schon im Ziel. Kann man das überhaupt gewinnen? Ein Chin. Komm her, ein Chin. Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Amadello sprechen. Begib dich zum M. Aber hier gibt es auch noch eine Mission. Das würde ich schon eher machen. Jetzt, wo ich schon hier bin. Jetzt, wo ich schon hier bin. Mein Pferd. Das wird mal hier angeleint. Okay. Und rüber. Aber hier ist auch noch so ein Ladensymbol. Gucken wir mal, was passiert. General Store. Ja, moin moin. Der hat eine Brille. Ich bin grad irgendwie nicht so kultiviert. Aber gab es da schon Brillen-Loll? Anscheinend. Okay. Hier gibt es eine Karte. Für 25 Dollar. Ich hab noch... Ich hab gar nichts. Info. Zeigt alle Kräuter. Ah, okay. Zeigt alle Wichtigen. Ah. Ich hab kein Geld. Ah, konnte man da verkaufen? Ach. Seh ich beim nächsten Mal. So, Bonnie McFarlane. Nächste Mission. Ganz gut. Ich hab schon verloren gegen eine Frau hier. Ich hab schon verloren gegen eine Frau hier. Die hier zum Kutschbock. Ja, ja. Ich muss mich hier erst noch zurechtfinden. Weg da. Ich glaub, hier kann man die Leute sogar überfahren. Ja, ja. Ich muss mich hier erst noch zurechtfinden. Schneller. 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 Ach, mit R1 kann ich rückwärts fahren. Okay. Ah, das könnte ich mit dem Pferd auch ausprobieren. Das wäre ganz gut. Gut. Wie schön die... ...Räder da. Eier. Was ist das? Ist das gut? Schlecht? Sieht... ...erst mal nicht gefährlich aus. Lass mal überholen. Oh, wie hart das sein muss. Oh, Leute. Gebt euch mal die Aussicht. Moment. Das müssen wir uns jetzt mal geben hier. Alter. Leute. Das ist doch mal mega, oder? Ja. Coole Aussicht. Da hinten ist Amatillo, oder? Wo muss ich hin? Ich glaub schon Amatillo. So, schneller. Schneller. Alter, wie der an den Zügeln reist. Weg. Ich hab grad versucht zu rucken mit äh 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 L3. Stimmt. Weg da. Alter, ich hätte fast das Reh oder was das war überfahren. Weg da. Sind wir jetzt da? Ich glaub wir sind... Ja, wir sind in Amatillo. Alter. Weg da. Alter, die laufen hier einfach alle auf die Straße. So, hier ist schon mal der General Store. Ist das ne Federung, was ich da gesehen hab. Ist doch nicht so rumpelig, wie ich dachte. Gut. Ja, ja. Wir treffen uns. Geht zur Arztpraxis. Gerne doch. Medizin. Hello, hello. Ich hab doch kein Geld. Achso. Gratis. Ein Apfel kostet hier 1 Dollar. Danke. Ach, der hatte nur ein Medizin hier für mich. Diese Teppiche, die verfolgen mich auch. Äh, drücke. Ach, okay. Hier hab ich mein Inventar quasi. Verbrauchbares. Ah, okay. Wirst du verletzt, wärmt sich der Bildschirm nach und nach rot. Was kann ich dann mit der Medizin? Okay, okay. Müssen wir schon wieder weg? Okay. Ja, gerne. Ach. Das geht schon. Die hat sogar Waren hinten drauf. Okay, ich kann also mit einer Postkutsche hier. Das ist das Taxi. Ehre 50. Du kannst Immobilien kaufen oder mieten, die mit Belounding markiert sind. Aber was bringen die Mieten? Du kannst den Spielstand speichern. Ah, okay. Interessant. Aber ich hab kein Geld. Poker kann an mehreren Orten gespielt werden. Aber Poker kann ich gar nicht, Leute. So, ähm. Hallo. Muss ich jetzt hier reingehen? Moin Moin. Moin Moin. Oh, Five Finger Filet. Das ist ein cooles Spiel. So, gucken wir mal, was die Bude da kostet. Wenn ich richtig bin. Gemütlich. Schauen wir mal. Ach, ich... Für 50 Dollar. Aber ich hab kein Geld. Aber interessant. Reingeht nicht. 50 Dollar. Müssten ja wohl zu Kriegen sein. Aber interessant. Reingeht nicht. 50 Dollar. Ja, ja. Ja, ja. Äh. Karte. Was war jetzt das hier Post? Gut, schnau. Okay. Ich glaube, ich spiele erstmal dieses Five Finger. Ja. Äh. Hat es auch noch so ausgegraut? Geht wahrscheinlich nicht. Das Blaue hier. Er fordert mich zum Duell. Gott. Okay. Ein Duell. Tobias Welden. Nee, nee. Ich will das Tutorial hier sehen. Wir haben schon Zuschauer. Drücke L2, um deine Waffe zu ziehen. Okay. Ich war ein bisschen zu langsam, glaube ich. War das jetzt eine schlechte Tat, oder? Okay, okay. Ich hole mir auf jeden Fall die Waffe jetzt erstmal. Entschuldigung, Barton. Ich bin nicht frisch. War das jetzt eine gute oder schlechte Tat? Ich weiß nicht. Oh. Hatte ich mir nicht wie schlafen. Habe ich Money gemacht? Nee. Der hatte kein Geld dabei. Wow. Was willst du? Ja. Alter Sheriff. Das Gebäude sieht ja echt mal runtergekommen aus. Da kannst du dich ja durcharbeiten. Da ist einer. Seht ihr hinten? Moin Moin. Alter, die Gitterstäbe sind einfach im Holz. Also so ganz ausbruchsicher ist das nicht. Also so ganz ausbringst du dich. Also so ganz ausbringst du dich. Also so ganz ausbringst du dich.